City Skylines Hahahaha Hahahaha Ne äh... äh... Flagge. Keine Ahnung. Flagge. Ne ist es schon fertig. Ne Flagge. Was denn? HÄH!? DAPY? Ne Fahrl! Ne Land? Ich häng gern andere Fahrl. Ein Land! Ein Land! Nein! Hä? Landkarte! Flagge! Englische Flagge! Nein! Nein! Ihr denkt zu blöd! Ein Geist! Ja! Wir sind blöd! Was wird denn das? Kamerisch! Ein Haus! Ja, dahinter ist ein Haus! Dahinter! Ein Fenster! Ja! Fenster zum Hof! Ein Fenster einfach! Ein Fenster! Was ist denn das? Ach nee, oder? Es war ein Fenster! Mann, das war doch klar offensichtlich, dass es ein Fenster war! Ja, genau! So sieht auch ein Fenster aus! Seid es da halt mit Rahmen! Natürlich! Will you be the preacher? Would you be my... I still got a lot of shit to learn, I'll admit it! I still got a lot of shit to learn, I'll admit it! Okay, kann man... So, hallo und herzlich willkommen mit der Chaos-Truppe hier! Guten Tag! Hallo! Villobius, immer in die Anmoderation rein kannst! Ja! Kann ich... Kann ich das Tablet nicht verschieben? Lass es halt liegen! Lass es halt liegen! Das ist aber voll im Weg! Kann man das nicht irgendwo in der Ecke packen, wenn man zeichnen will? Ey! Mach mal einfach so, dass sich jetzt jeder Tisch mäßig so herdreht, dass er gerade aufs Tablet zugucken kann! Dann erkennt man die Bilder auch gleich und schießt mich tot! Hm? Ich guck jetzt direkt aufs Tablet! Eben! Das ist das Beste! So! Malen nach Zahlen! Draw my thing! Wer fängt an? Bayer! Ich! Gott, dann nehme ich mir eine Karte! Dann muss ich natürlich da oben hinlegen, dass du die nicht siehst! Ist ja schön! Ich seh es! Ich auch! Warte! Warte! Lass uns mal runterscrollen! Ne! Ist auch scheiße! Jetzt hab ich doch... Wieso siehst du die Karte? Achso! Ist ja wurscht! Ist ja Bums! Ob du die Karte siehst oder nicht! Ne! Weil ich muss mir ja einen Begriff ausdrücken! Ne! Das ist scheiße! Ist auch scheiße! Wieso? Kannst du die nicht in der Hand nehmen irgendwie? Warte! Gib mal her! Das ist echt blöd! Warte! Die zwei die wie... Äh... Erkennen müssen was gezeichnet wird... Gucken... Schauen das Format füllend nur das Zeichentablet oder... Ja ich guck nur hier runter! Ich unter dem Bereich... Ich seh das gar nicht da hinten! Viel zu weit weg! Doch Bayer! Ich seh die... Warum ist die eigentlich verkehrt rum jetzt? Ich seh die Ecke! Übrigens! Dann äh... Äh... Scroll rein! Mit Mausrat! Ja wirf die weg! Mach ne andere! Äh... Ganz raus auf den Holzball... Warte mal! Kann man nicht! Dann sehen wir wir die nicht! Wir sind ganz fair! So! Ja! Ich seh die nicht! Äh... Ich drück dir Start wenn du anfängst zu zeichnen! Ja! Okay! Darf ich? Ja! Drei! Zwei! Eins! Go! Äh... Warte! Stopp! Äh... Ah jetzt gehs! Bei mir nicht! Bei mir läuft die Zeit nicht! Äh... Boah! Aber... Ich glaub ich muss Start drücken oder? Ne! Ich hab die Zeit schon am laufen! Komm zeichne! Also! Bei mir läufts nicht! Ja! Ich sag schon wenns vorbei ist! Äh... Boah! Schummler! Äh... Geldschein! Dollar! Ah! Geldschein! Pause! Reset! So! Dann hab ich gewonnen! Ja! Dann musstest du aber resetten! Hab ich schon resetet? Ne! Bei mir ist die Grafik immer nur da! Ich hab resetet! Mach weg! Mach weg! Mit dem... So! Okay! Wer ist dran? Ich oder? Ne! Die Karte raus aufm Holz Dingens und angucken! Boah! Das ist ja voll umständlich bis dahin zu fahren! Äh... Wie viel Gewinnrunden machen wir denn? Ich würd sagen sieben oder? Wir sehen was sieben Karten hat! Wieso sind da Fragezeichen? Ach so! Ja die sieht man nicht wenn man die in der Hand hat! Ich hab sie grad hier! Da sieht man nur Fragezeichen bei mir! Echt? Guck doch mal zu mir! Ja wenn man die in der Hand... Oh ihr seid doch so... Ich seh ne ab, ich seh was drauf! Ihr seid doch so Wurstlies! Wieso? Ich seh Fragezeichen! Ich seh Fragezeichen! Echt? Aber nur auf der! Auf der, die du hast! Ja stimmt! Seh ich auch lauter Fragezeichen! Ja gut! Dann guckt weg! Ich muss jetzt erstmal gucken! Was ich habe! Wow! Wow! Wirklich! Dann nehm ich das schwerste raus! Was? Was sonst? Und? Katze Maus! Arschloch! Arschloch! So! Fang an! Ja! Komm! Start! Es läuft! Achso! Es läuft! Schiff! Boot! Ja! Richtig! Boot! Jetzt ging aber schnell! Ach Gott! Ich bin schon wieder gewonnen! Achso! Du willst die Karte haben? Ja! Immer her damit! So! Darf ich jetzt? Ja! Geil! Hund! Katze Maus! Arschloch! Kann ich die Zeit eigentlich... Ich kann die... Doch jetzt kann ich! Reset! Okay! So! Gucken wir mal drauf! Es kann nicht jeder gleichzeitig die Zeit starten! Das können wir noch einstellen! Egal! Okay! Ich wär soweit! Ja! Startet jemand? Ja! Ich hab gestartet! Ah! Bei mir läuft's nicht! Läuft's bei dir? Ne! Ist ja Wurst! So! Dern! Genau! Machen wir Zeit! Ja! Scheiße! Ach! Mach mal ohne Zeit! Scheiße auf das Tablet! Eben! Bis jemanden errät! Am Arsch! So! Seid ihr soweit? Ja! 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 Tja! Dage alle! Ich zeig dir jetzt alles! Himmel! Himmel! Arsch! Und Wolkenbruch! So! Mammolstein! Und der Hals im Brich! Aber... Liebe NICHH! Alles! Das musst du auch wegnehmen! Das musst du außerhalb machen! Nicht in der Hand da. Ach so. Ah, jetzt. Alles, alles geht vorbei. Ja, hier. Oh, cool. Was nehme ich denn? Auch der Drogenrausch geht vorbei, Lobius. Ich glaube, ich... Was ist das denn? Alles, alles. Achtung. Vulkan! Ja! Alter! Oh, Wahnsinn. Mann, sind wir gut in dem Spiel. Ja, siehst du, was für Dumme. Passt mir auf. Warte, ich muss erst reinzoomen. Ich muss erst mal wegzoomen hier. Jetzt muss ich ändern. Oh, erst immer dieses mit dem ran und weg. Alter. Du kriegst hier einen Flipperball. So! Oh, oh. Jetzt kommt's. Ich hab's bearbeitet. Notepads. Ja. Hamster. Äh... Was? Unendliche Leere. Weltall. Weltall. Ach so, ich kenn das. Dein Gehirn. Äh, Tom. Äh, Fenster. Quadrat. Puzzle. Puzzle. Karte. Landkarte. Ja! Landkarte. Landkarte. Ja, Landkarte. Ja, Landkarte. Landkarte. Wo ist meine Karte? Ich hätte den dritten Punkt. Sie ist weg. Das war eine Landkarte. Ich hab's gelandet. Ist das meine Landkarte? Äh, ja. Sag mal. Ist, äh, der dritte Punkt für mich schon. Mann, bin ich gut. Ja, Bayer ist so schlecht. Wieso? Wir haben beide nur eine Karte. Du Nuss. Ja, ich weiß. Hund, Katze, Maus, Aschle. Eigentlich könnte ich mal was Neeres nehmen, ne? Ja, ich hab ja auch Landkarte genommen. Was anderes war da nicht. Da gab's noch Brille und noch irgendwas. Was Neeres? Rainer Kallmund. Nee, nicht so schwer. Ach komm. Es fängt an. Einhorn. Kein Ohrhase. Karte. Viereck. Überhaupt, äh, Buch. Seite. Tic-Tac-Toe. Mensch, äckere dich nicht. Gehirn. Straßenkreuzung. City Skylines. Ne, äh, 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 Flagge. Keine Ahnung. Flagge. Das ist Spaki, das ist SimCity. Ey, das ist schon fertig. Ne Flagge. Nee. Was denn? Hä? Davy? Ein Fall. Äh, ein Land. Ein Land. Ich häng gern andere Fahrze. Ein Land. Ein Land. Nein. Hä? Landkarte, Flagge. Englische Flagge. Nein, nein. Ihr denkt zu blöd. Ein Geist. Ja, wir sind blöd. Was wird denn das? Was wird denn das? Kamerisch. Ein Haus. Ja, dahinter ist ein Haus. Dahinter. Ein Fenster. Ja. Ein Fenster zum Hof. Ein Fenster einfach. Ein Fenster. Was ist denn das? Ach nee, oder? Es war ein Fenster. Mann, das war doch klar offensichtlich, dass es ein Fenster war. Ja, genau. So sieht auch ein Fenster aus. Seid es bereit? Ja, mit Rahmen. Natürlich. Ich bin auch am Fenster gekommen. Das ist ein vier-Ecke-Zeit. Der ist aufs Fenster gekommen. Alte Sau. Dann ist er weit. Ja. Bereit geboren. Bereit geboren. Ach du Scheiße, wie soll ich das zeichnen? Ich sehe nur lange Texte bei dir. Und einen kurzen. Ich sehe lange Texte. Und einen kurzen. Ich versuch mal. Okay. Du kannst ihm in die Hose gucken. Was zeichnest du eigentlich? Ach, so unten. Ball. Schein. Fuß. Golfball. Golf. Hä? Note. Äh, puh. Klavier. Auto. Nee. Dreirad. Hä? Bügeleisen. Gott, was ist das denn? Zeichnen, ja. Das ist aber. Das ist tricky. Das ist echt tricky, ja. Was ist das für dich? Ein Hammer. Automatische Hammermaschine. Nee, nee. Ich komme gerade auf einen Bagger. Ein Staubsauger. Ja, ein Staubsauger. Ein Staubsauger. Leck mich am Hintern. Ein Staubsauger. Der ist ja geil. Der ist echt geil. Oh, mein Loll. Oh, nee. Ja, es geht ja doch zu zeichnen. Also, man braucht halt nur Kreativität. Genau. Jetzt habe ich schon wieder diese scheiß Karte gedreht. So eine Scheiße, so eine Wurst. So, geh frei außerhalb des Bildschirms. Ja, bin ich. Finger weg. Ja, ich habe hier keinen Finger, du hatt. Äh. Ich habe es genau gesehen, wie ihr drauf geguckt habt. Ihr Lampen. Ja, natürlich. Wir gucken drauf. Jetzt komm schon. Und Katze, aber auch Penis. Ja, ich tippe auf Penis. Titten. Nein. Bullshit, Bingo. Äh, BH. Möpse. Ich bin immer noch, äh, Pils. Warte. Eier, Hoden, Stierhoden, Stierpilzhoden, Pilzkuh. Äh, Hocker. Waffen. Toastbrot. Ja. Toastbrot. Ja, geil. Wenn man es weiß. Ja. Super. Ich wollte, Supermarkt hätte ich auch nehmen können. Supermarkt ist auch nicht unbedingt so, wie es so geht. Ja, deswegen. Ich sehe, was draufsteht. Wieso guckst du? Ich guck nicht. Du bescheißt. Ich bescheiß gar nicht. Okay. Seid ihr soweit? Ja. Tobias Gehirn. Ball. Auge. Fisch. Tennis. Meili. Katze. Regenwurm. Raupe. Schnecke. Äh, Schnecke. Raupe. Tausendfüßler. Genau. Wir haben noch nicht mal mit den Füßen angefangen, sagt er schon tausend. Ja, ich hatte ja Raupe durch, was soll denn noch kommen? Da bin ich schon wieder dran. Ja. Tobias hat drei, ich hab drei Bayern, hat drei. Leck mich am Hintern, wir sind echt gleich. Also, soweit? Ja. Ja, natürlich, wir sind bereit geboren, jetzt komm schon. Breit. Ja, vielleicht. Also, oh Gott. Oh Gott, er kriegt schon wieder die schweren, ne? Boah. Äh, das sieht mir sowas schweres aus. Äh, ich bin das zweite. Oh, also. Jahrhunderte später. Ähm, Ei. Ein See. Äh. Ein Teich. Äh. Äh, ein Baby. Ein Baby. Ein Baby. Bene. Äh. Lass ihn das... Lass ihn das mal zeichnen. Äh. Ein Schwamm. Schneemann. Schneemann. Hä? Keine Ahnung, sah ein bisschen aus wie so ein Smiley-Fressen. Sind das Bäume oder sind das Pilze? Wald. Nö. Regenwald. Busch. Gar nicht so leicht zu zeichnen. Es ist halt das Schlimme, weil es grün ist. Und jetzt haben wir gerade nicht die Zeit. Also, also grün würde ich das auch nicht nehmen, was ich ganz ehrlich sage, also würde ich zurückgehen lassen. Äh, Kothaufen. Nein. Was wird denn das? Was wird denn das? Ein Tal, Land. Regenwald. Immer noch. Ein Baum. Es wird nicht unbedingt deutlich. Ja, das ist schwierig. Wieso oben ran ist, du hast... Uterus. Nein. Pickel. Hunder, das ist halt eine blöde Form jetzt. Was jetzt soll Hunder sein? Ein Keks. Nee, hatte ich schon. Dann mal doch nochmal neu. Wo kriegst du ein komplett Reset bei dem Ding? Wie ein komplett Reset? Bei den Radiergummi daneben. Mülleimer. Ah, hier. Gut. Fangen wir nochmal neu an. Ja, wäre nicht schlecht. Äh, so. Jetzt kommt's. Äh, ja, ja. Hast du mal versucht, Kreis zu zeichnen? Ja, aber das haut uns alle weiter. Ja, wir denken uns, das ist jetzt absolut kreisförmig. Ja, haust jetzt ab. Ja, gut. Mach da weg. Hab ich doch. So, ist ein Kreis. Stellen wir uns vor, der ist kreisrund. Ein Gesicht. Nein. Sieht aber jetzt so aus. Voll das Behindert. Hä? Landschaft. Nein. Ich weiß es. Äh, die Erde. Die Weltkugel. Nein. Was? Mond. Nein. Mars. Nein. An dich ist echt kein Künstler verloren gegangen. Weltballkugel. Die Welt. Nee, die wird dann einfach rausgenommen. Dann nimm was anderes jetzt. Nein, ich will jetzt wissen, dass ihr das wisst. Das ist ganz einfach. Denkt mal, was zu fressen. Pizza. Ich hätte das so gemacht. Das ist leichter, als ne Pizza zu erkennen. Okay, das könnte auch ein Rad sein. Keine Ahnung. Egal. Lobius, du bist dran. Schon wieder ich. Ja, du schon wieder. Pizza Collection. War mal ein Spiel. Ja, war mal ein Spiel. War ein cooles Spiel. Hab ich nie gespielt. Loll, wie nah das ist denn das? Ja, jetzt komm, nimm einfach das Behinderste von allem und zeichne. Und Katze, Maus, Penis. Penis war richtig. Katze war richtig. Ich muss erst mal ranscrollen, Moment noch. So. Fangen wir an. Meine Leinwand erst mal gebüden. Schiff. Boot. Hamster. In Flasche. Meine Priester. Rainer Kaltmund. Topf. Bierglas. Glas. Bier. Weißbier. Gehirnamputierter. Penis im Glas. Gurkenglas. Würstchen im Glas. Eingemachte Gurken. Biertonne. Ja. Ich hab das versucht so abzuzeichnen. Auf ne Mülltonne. Ich hab das versucht abzuzeichnen. So ne amerikanische. Ich hab das so abgezeichnet, wie wir die da haben. Genau. So ne amerikanische Mülltonne mit den Riffeln und so. Wieso gibst du mir eigentlich nie die Karte? Weil ich grad das Bild ja gemacht hab. So. Okay. Ist ja noch genehmigt. Grad noch so. Und Katze Maus Penis. Katze Maus Penis. Oh ma. Okay. Okay. Toastbrot. Ich nehm jetzt das schwierigste, was oben standen. Waffel. Waffel. Ah shit. Stift. Kreis. Ball. Eier. Hoden. Stierhoden. Klinhoden. Sackgesicht. Oh jetzt komms. Warte. Ufo. Ne lass ich mal zeichnen. Bett. Mensch. Kissen. Kissen. Haare. Bettdecke. Bett. Bettwäsche. Hä? Frau mit Bettwäsche. Schlafen. Schlafen war's. Wer hat schlafen gesagt? Da war ich mit meinem Penis schon alles so schlecht dran, gell? Da war ich mit meinem Penis schon alles so schlecht dran. Oh Loll. Oh. 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 Oh fuck. Ja komm. Hier ist der Bälle. So ist heute soweit. Ja. Ja bitte. Jawoll. Also. Ja. Ja. Ja bitte. Oh. Ich glaub ich. Ja bitte fick mich. Ja. 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 Bettwäsche. Bettwäsche. Schaf. Frau. Titten. Titten. Draw my thing. Was nehm ich denn jetzt? Ja das schwierigste. Wie übel. Dann nehm ich das dritte. Ja okay. Draw my thing. Draw my thing. Draw my thing. Oh. Ja. 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 Flugzeug. Ähm. Vogel. Äh. Euro. Flugzeug. Ich hab schon Flugzeug. Bananenschale. Wer ist das? Privatjet. Möwe. Drache. Möwe. Drache. Richtig. Oh. Die Nase ist echt gut geworden. Das muss man richtig sehen. Die ist echt gut geworden für den Drachen. An der Nase des Johannes. Weißt du? Ja. So. Lobius. Die Nächste. Wie viel hab ich denn schon? Fünf. Fünf. Bayer hat vier. Lobius hat vier. So. Und Katze Mauspelis. Ja. Oh. Ich nehm das schwerste. Natürlich. Rainer Kallmund. Haha. Zu schwer. Ja. Ja. Warte. Toaster. Äh. Ne Hand. Äh. Ein Finger. Äh. Pfoten. Daumen. Finger. Finger. Äh. Daumen. Äh. Mittelfinger. Stinkefinger. Simpsis. Der hat nur vier Finger. Ne. Da ist der kleine Finger. Siehst du nicht? Da. Das ist ein Stummel. Ja. Deswegen hat er auch vier. Der arbeitet im Sägewerk. Äh. Klatschen. Applaudieren. Ähm. Keine Ahnung. Handschuhe. Stinkefinger. Effenbergfinger. Hahaha. Finger. Ja genau. Äh. Das ist ein Stinkefinger. Wieso? Das ist ein Stinkefinger. Ja. Weil der mittlere Gehör ist. Ja. Kann ich nicht. Das haben wir halt mal zeichnet. Köppel. Hahaha. Äh. Sägewerksmitteleister. Nein. Kleptomale. Ich sag ja. Ich hab das schwerste genommen. Ja. Das kriegen wir schon. Das kriegen wir schon. Irgendwann. Ich zeichne das nochmal ein bisschen besser. Warte. Die Hand. Ja. Klatschen. Beifall. Ja. Das hat man schon gehabt. Krüppel. Ne. Ich geh schon langsam. Wurstfinger. Nein Mann. Fingerhandschuhe. Wir haben. Wir haben Finger. Arschgesicht. Wir haben da an der Seite was. Stinkefinger. Das kann nur klatschen sein. Das kann nur klatschen sein. Beifall. Durchfall. Ratten. Äh. Tod. Hitlergruß. High five. Ja. Boah. Das muss auch erstmal offensichtlich werden, dass es zwei Personen sind. Oh Gott. Aber wir klatschen ja nicht mal so weit weg. Ja eben. So. Nehm ich mir Rekordi. Dat wird nix. Super. Da ist nix schwerst. Ja gut. Ich nehm den. Und Katze aus Pfannkuchen. Pfanne. Wupp. Wupp 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 wupp. Käse. Stinkefüße. Wupp. Pfannenwänder. Hä? Sonne. Mond und Sterne. Ne. Sonnenbrand. Waff. Ne. Hier. Pfannkuchen. Ne. Sonnenblume. Blume. Hamster. Nö. Rose. Sonnenblume. Gefichtiges Eichhörnchen. Motorboot. Rotboll. Ich glaub nicht, dass ihr so leicht draufkommt. Tittenbonus. Bons Gesicht. Ich bräuchte andere Farben. Was ist denn das? Ich bräuchte grau. Grau. Alter Mann mit Hut. Ticke Finger. Nee. Nee. Nee, aber eher. Warte. Das Haus am See. Nee. Eierlikör. Naja. Die ist ein bisschen behindert geworden. Die ist ein bisschen behindert geworden? Behindert ist noch eine Blume. Ja, türlich. Türlich. Bin da der Vogel mit dicken Eiern. Eine Blume, die in den Blumentopf kotzt. Ja genau, eine Blume, die in den Blumentopf kotzt. Kartoffel! So was gehört rein. Eine Kartoffel! Kartoffel! Ja, so was die Kartoffel! Eine Kartoffel! Eine Kartoffel, aber nicht in der Opfer! Erbsensuppe! Leberklübel! Gemüse! Alter! Das ist definitiv eine Blumentopf kotzt! Ich weiß es nicht. Ich drück die Zeit. Was ist denn das da bitte? Ja eine Kartoffel! Sag ich doch! Eine kotzende Sonneblume! Okay, gehen wir mal systematisch vor. Was ist das hier unten? Blumentopf! Nein! Kissen! Nein! Kochtopf! Boot! Scheiße! Nein! Nein! Scheißhaus! Scheiße sieht schon aus, aber... Was soll das sein? Das ist doch nix! Was ist das hier unten? Das ist eine Badewanne! Ich sag hier mal eine Badewanne! Achso Duschkopf! Oder... Keine Ahnung! Na endlich! Das sieht ja richtig behindert aus! Was? Ja komm! Sag mal du! Schreib's in die Kommentare! Schau's richtig aus wie ein Duschkopf! Wie würdest du denn bitte nen Duschkopf zeichnen? Okay, das bringt nichts! Wir würden jetzt eh hier noch ein Trillion Sachen zeichnen! Der eine wird so zeichnen! Der andere wird so zeichnen! Genau! Also! Nächste Karte! Ich bin dran! Ja! Dann zieh mal! Ist das wirklich Duschkopf gewesen? Ich kann nicht viel besser! Also! Auf geht's! Ach du Scheiße! Geh weg jetzt da! Ne Hose! Aus! Das mal der Erd! Achso! Also! Weg geht's! Ja! So! Also! Ich bin dran! So! Fertig! Ja! Bin ich! Ich bin immer fertig! Jetzt mach! Ich hab Hunger! Mann! Bis wieviel Punkte machen wir das? Es geht ja schon ne halbe Stunde! Speer! Stift! Bleistift! Fast! Kugelschreiber! Was hat er im Gegner gesagt? Bleistift! Bleistift! Ja! Das ist fertig! Wir sind fertig im GH7! Juhu! Juhu! Ja! Halbe Stunde! Wuhu! Wuhu! Ja war zu erkennen! Globius nicht wegwerfen! Achso! Stimmt! Ja auf! Tschau! Tschüss Leute!